Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Ja, wir sind immer noch am Äxeln, aber ich denke wir schaffen es diese Folge fertig zu werden. So, aber jetzt können wir hier schon wieder abdrehen. Und das wieder in den Fermenter bringen. Wir haben bestimmt einige Liters im Fermenter. So, dann ist unser Traktor ja auch mal komplett repariert. Gut, lackiert nicht. Aber repariert mal wieder. So, da steht zwar der andere drin, aber wir können trotzdem kurz dran vorbeifahren. Dann passt das. So. Wie viel haben wir eigentlich jetzt schon im Fermenter drin? Sind das jetzt 600.000 Liter Häckselgut? Oh, 800.000. Hummer beim Edeka. Moment. Hummer war doch was, wenn wir viel haben, ne? Ja. Oh ja, da müssen wir jetzt aber ernsthaft verkaufen. Das heißt, wir fahren mit dem nur runter. Lassen den dann mit AD neben den Häcksler fahren. Ah. Ja, ich wollte nur... Ah, ist ja eigentlich egal. Und wir setzen uns in den LKW und verkaufen den Hummer. Na? So. Hummer muss verkauft werden. Dann können wir gerade doch die anderen Fischsachen anschauen und vielleicht den Auflieger noch füllen. Mit dem Rest. Was halt in Edeka muss. Ist auch nicht allzu weit zu fahren. Da riechen wir erstmal den Hummer. Wo haben wir denn den Hummer? Da haben wir doch den Hummer schon. Das sind 20 Palettchen. So, aber wir schauen uns jetzt erstmal noch die Krabben an. Ah, wir wären übrigens auch gerade am Edeka. Das wären drei Paletten. Okay, Heringe wären am Edeka. Und Scholle wäre am Edeka. Äh, ja, dann sage ich einfach mal... Scholle. Dann machen wir natürlich noch die Schollen mit. Und dann noch... Die Krabben. Ein paar tausend Liter. Das haben wir jetzt alles an Edeka. Also ich will jetzt auch nicht wissen, was das an Wert ist. Was wir hier jetzt rumkutschieren. Auf jeden Fall kämpft er schon ein bisschen. Das ist jetzt aber egal. So. Ja, fahren wir den Kreisverkehr hoch. Ich meine, wir haben ja die Krabben dabei, was hochpreisig ist. Und... Äh... Die... Die... Die Nummer. Und die Schollen, weil die halt auch gerade... Äh... Ein Preis haben, den ich verkraften kann oder vertreten kann. Wir werden aber auf jeden Fall mit... Ähm... Dem Geld über die Millionen schießen. Sind es vielleicht 1,3 Millionen. So. Wir fahren aber hier schon rein. Müssen wir eben den Edeka beliefern. Einmal in den Trigger und freuen. Und jetzt können wir uns richtig freuen. Wahnsinn. Ja, 1,3 Millionen habe ich ja gut geschätzt. Ne? Das sind halt 130.000... An... Ähm... Umweltboni. Weil wir dann die 10% haben. Das ist auch okay. Guck mal, hier ist sogar ein Tennisplatz versteckt. 1,6 Millionen. Ah. Was kostet es das Feld unten? Ich glaube, das ist auch um die 1,6. Aber ich glaube, da ist es erstmal besser, das nicht zu kaufen. Wir haben es ja auch um die 1,6 Millionen. Wir haben also ein bisschen zu kaufen. Das ist ja auch klar. Ja, am nächsten Tag können wir hier vielleicht, am nächsten Tag können wir vielleicht wieder mähen. So, wir fahren jetzt hier wieder rein. Ei, 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 ei. Wir fahren ziemlich weit nach hinten. Wenn wir jetzt gerade hier sind und der Autodrive noch fährt, können wir dann wieder übernehmen, sobald er losfahren möchte. Die Walze brauchen wir jetzt auch mindestens bis Frühjahr nicht mehr. So, und wenn wir den Big M da, äh, ausparken, dann kommt er nicht mehr da rein, sondern er wird dann, ui, 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 ui. Ja, Wahnsinn, wir können es uns sogar leisten, dass wir sagen, nur der parkt jetzt da. Wir haben einen zweiten Traktor, wo wir jetzt einfach einparken. Was ja eigentlich auch nicht ganz richtig ist, weil wir ja noch... Ähm... So, kann ich ja immer... Aber ich möchte gerne hier fahren. Also, ich glaube, wir schaffen jetzt in dieser Folge, dass wir hier fertig sind. Dann müssen wir Kalk ausbringen. Da haben wir vielleicht zu überlegen, ob wir nicht sagen, wir gehen jetzt auf die größeren Kalkstreuer noch. Das wäre jetzt hier auch noch zu überlegen. So. Genau. Aber jetzt können wir schon langsam abdrehen. Na, doch, wir können abdrehen. Schnell hochfahren, den letzten Rest weghäckseln. Und dann haben wir es. Dann können wir theoretisch vom Lager rüberfahren, den Fermenter. Weil alles, was wir nicht in unserem Lager haben, ist gut für uns. Natürlich können wir jetzt auch wieder sagen, hier, Zeit geht wieder ein wenig schneller voran. So. Flamme eigentlich in unserem, äh, Silo drin, an Häckselgut. Das müsst ihr theoretisch über das Menü hier sehen können. Häckselgut. 200.000, also zwei Fuhren. Okay, es ist halt die Frage, ob wir den Fermenter dann nicht schon voll haben. Mal, wenn ich überlege. Es kommt nochmal einen kleinen Rest von unten. Ja, wenn wir ein bisschen mit dran sind, schauen wir mal in der Fermenter an, wie viel da jetzt Platz ist. Und wie es da genau ausschaut. Da haben wir nicht mehr viel. Du bist hier vorfahren und dann ist, äh, Ende Gelände. So. Wie viel haben wir dann im Fermenter drin? Puh, wenn wir da über 23.000 kommen, dann wird es knapp mit allem reinwerfen. Ich glaube, das könnte gerade so ausgehen. Okay. Hier fällt drei, einmal Häckseln, das, äh, gibt gut, gut, äh, Wert. Also ist der Fermenter einmal komplett voll. Ja, das reicht aus. War vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir den Fermenter auch wirklich von Anfang an eingeschaltet haben. Ansonsten säß, glaube ich, jetzt ein bisschen anders da aus. Das reicht sogar ziemlich knapp, sogar, nur. So, dann hat die Arbeit beendet. So. Dann kann ich jetzt hier rumfahren. So, einmal hier durchfahren. Sehr schön. Zack. Das ist 44.000. Noch an, äh, äh, Weizen im Lager. Also so an sich haben wir eigentlich schon relativ gut leergeräumt, das Lager. Dürft da nicht mehr allzu viel drin sein. Wir sehen, also das meiste ist jetzt wirklich die Steine dann und der Mineraldünger. So. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Das war's.